Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge RetroPanda blättert und heute ist mal wieder ein Club Nintendo Magazin dran. Das letzte Video wo ich mir ein solches Magazin vorgenommen habe, ist sehr gut bei euch angekommen und ich habe auch sehr viel Spaß dran gehabt beim durchblättern und einfach ein Schwelgen von Nostalgie. Ja und deswegen habe ich beschlossen, dass ich da vielleicht eine kleine Serie draus mache. Ich habe mir mal so ein paar Ausgaben besorgt, die kann man ja teilweise noch relativ günstig bei Ebay mal schießen und heute ist die Ausgabe 493 dran. Warum habe ich mir diese Ausgabe geholt? Ganz klar primär deswegen. Links Awakening, wie ihr wisst, ist das eines meiner liebsten Zelda-Titel aller, aller Zeiten, wenn nicht vielleicht sogar das liebste. Und hier scheint es zum ersten Mal aufzutauchen. Das ist natürlich nicht Cover-Thema, weil das liegt daran wahrscheinlich, dass es einfach nicht noch nicht herausgekommen ist. Das wird wirklich der erste Blick drauf sein. Schauen wir mal. Der große Aufmacher ist Super Mario All-Stars. Ich weiß, hier habe ich noch sehr, sehr gute Erinnerungen dran. Fand ich damals wirklich klasse. Lost Vikings ist dabei. Aber genug der Vorrede. Lass uns einfach mal reinschauen. Hier haben wir das Ding. Star Wing scheint ein Thema zu sein. Mystic Quest Legend, Lost Vikings und Oh, Babsi. Aber dazu kommen wir gleich. Ja, Mario ist der Nummer 1 weltweit der erfolgreichste Spielerheld. Ist, glaube ich, immer noch ungeschlagen, würde ich sagen. Dem liebsten Ausreden ist ja klasse hier. Der Controller ist ausgeleiert. Der Controller kommt allerdings gerade frisch aus der Verpackung. Achso, von wegen, wenn man ständig verliert. Ich bin vom Knopf abgerutscht. Ich spiele das zum ersten Mal. Ja, das sage ich auch oft. Ich muss mich erst an das neue Fernseher gewöhnen. Das muss ein Programmierfehler sein. Okay, in der heutigen Zeit ist diese Ausrede leider oft keine Ausrede. Haben wir wieder schöne Leserbriefe. Schöne viele kleine Zeichnungen der Fans. Und hier, so einer. Ich weiß nicht, ob ihr es gut sehen könnt, aber so einer hätte ich glaube auch sein können. Mit so einem Outfit bin ich auch immer rumgelaufen. Herrlich. Ach, die ist so eine schöne, tolle Decke. Herrlich. Also wenn man die noch irgendwo herkriegen würde, die ist ja natürlich echt klasse. Sehr schön. Aber kommen wir gleich zu dem Titelthema. Super Mario Allstars. Das war ja so eine Art, ich weiß nicht, ob es das erste quasi HD-Remake der Welt ist. Aber zumindest eines der frühen, sehr populären. Und zwar haben die sich einfach die vier, ja, vier Super Mario Spiele von den NES genommen und das quasi mit dem Sprite-Set vom Super Mario World aufgebessert und dadurch war es alles etwas zugänglicher. Warum vier Spiele? Ja, weil die meisten werden es von euch wahrscheinlich wissen. Super Mario Bros. 2 eigentlich Doki Doki Panik war, was hier für uns Europäer und für die Nordamerikaner rüberportiert wurde. Der eigentliche Super Mario Bros. 2 Titel, der in Japan erschienen ist, der ist hier unter Lost Levels quasi erschienen. Deswegen ist auch der zweite Teil so ganz anders als alles, was davor und was danach kam. Was, ja, einfach ein anderes Spiel war. Ich fand es eigentlich nicht schlecht, weil, ähm, ja, Lost Levels, das ist im Prinzip wie der erste Teil. Also große Unterschiede habe ich da jetzt nicht festgestellt, wobei ich jetzt auch nicht großartig reingespielt habe. Äh, ist hier nicht erschienen, weil die Japaner dachten, das wäre für uns zu schwer. Und deswegen haben sie halt das genommen. Also ich, ich mag den zweiten Teil. Da hat so einen ganz eigenen Charme irgendwie. Man wirft mit Rettichen und so weiter. Ja, man kann endlich speichern, was natürlich herrlich war. Hier zeigen sie so ein bisschen, wie das aufgehübscht wurde. Also ich fand dieses Remake wirklich sehr, sehr klasse. Das war ein echt ein super Spiel. Ich weiß gar nicht, ob ich das damals im Original hatte oder ob ich das beim Kumpel gespielt habe. Aber es war natürlich herrlich, dieser alten Spiel nochmal zu spielen. Und Super Mario Bros. 3 vor allen Dingen ist natürlich einer dieser wirklich ganz, ganz großen Titel, die einfach zeitlos sind. Das ist für mich einer der Höhepunkte der Super Mario Reihe. Wobei ich ja natürlich auch eher die 2D Marios gut finde. Hier sieht man natürlich, wie das alles schön aufgebessert wurde. Da wurde natürlich hier, was Mario angeht und so weiter, so hauptsächlich zumindest ein ähnliches Spriteset wie Super Mario World genommen, damit das einfach alles ähnlich aussieht. Herrlich. Hier haben wir dann Super Mario Bros. 1, 2. Wobei, also ich weiß noch, als ich wirklich das NES hatte und Super Mario Bros. 1, ich war wirklich fasziniert, wie sich das alles gespielt hat. Das ist wirklich klasse. Mehr über das Spiel des Jahres. Ach, Remake als Spiel des Jahres hinzusetzen. Ja, was ist in dem Jahr sonst noch so erschienen? Also es war, glaube ich, nicht das Spiel des Jahres. Es ist natürlich ein super Spiel. Aber so gesehen ist es ja nur ein HD-Remake. Aber es ist natürlich ein Must-Have. Vor allen Dingen, weil man wirklich diese alten Titel super noch, ja, etwas aufgehüpft spielen kann. Starwing. Okay, da scheint hier, wir gehen hier Level 2 weiter. Scheint Komplettlösung zu sein. Ich schätze mal, denn wahr ist das hier wahrscheinlich, baut das auf der Vorgängerausgabe irgendwie auf. Ja, diese frühen 3D-Titel. Wie gesagt, ich bin kein Fan von dem Super FX-Chip. Ich finde es einfach heute nur noch hässlich, gefühlt mit 10 Frames per Second als Ray-Shooter irgendwo rumzufliegen. Ich habe es auch schon damals nicht so wirklich nachvollziehen können. Aber ich war auch immer so ein bisschen Gegner von diesen frühen 3D-Spielen. Auch so als Quake 1 und sowas aufkam, da dachte ich mir immer so, ja, guck dir Duke Nukem 3D an. Das sieht auch klasse aus. Man nutzt Sprites. Also, warum denn? Okay, heutzutage führt natürlich kein Weg mehr drum herum. Mystic Quest Legends. Ja, beziehungsweise hieß das nicht bei uns nur Mystic Quest. Auf jeden Fall für Super Nintendo, da habe ich ja auch die große Big Box dabei. Ja, kann man so ein bisschen als Einsteiger japanisches Rollenspiel bezeichnen. Also ein Einsteiger-JRPG. Ist sehr simpel, sagen wir es mal so. Es ist auch nicht großartig schwer. Hat diese rundenbasierten Kämpfe. Also das Spiel macht nicht so richtig was falsch, aber man merkt schon, dass es eher so, ja, ein bisschen Larifari angelegt ist. Also klar, wenn ihr mal in JRPGs reinschnuppern wollt, würde ich euch das Spiel auf jeden Fall mal empfehlen, weil das relativ simpel ist. Aber ich weiß nicht. Bei dem Spiel fehlt so das gewisse Etwas. Vor allen Dingen habe ich Secret of Mana zum Beispiel. Okay, Secret of Mana hat ja zum Beispiel jetzt nicht diese rundenweisen Kämpfe wie Mystic Quest. Aber ich habe Secret of Mana zuerst gespielt. Dann hörte ich, oh, zu Rollenspiele gibt es ja noch mehr auf der Super Nintendo, weil damals war man nicht unbedingt super informiert, was es sonst so gab. Und da habe ich mir halt dieses Mystic Quest auf dem Flohmarkt, glaube ich, gekauft. Und da habe ich da so reingespielt und so, ja, aber das ist ja nicht so richtig Rollenspiel. Secret of Mana war ja schon irgendwie besser. Oh je, Babsi. Da kann ich mir ehrlich gesagt nur erklären, warum das hier in das Club Nintendo Magazin gelandet ist. Weil die Leute wahrscheinlich an Marketingkosten ein bisschen was springen haben lassen. Anders kann ich mir das nicht erklären, weil die Katze ist cool. Sie kratzt und beißt und so weiter. Ich habe es ja schon meiner Retro-Panna-Quizze-Folge mal angezockt. Es hat einfach einen relativ schlechten Ruf. Es ist kein Totalausfall auf jeden Fall. Aber richtig gut ist es auch nicht. Also das ist wieder so, das war die Zeit der Plattformer-Maskottchen. Und die mussten alle natürlich edgy sein. Das sieht man natürlich hier auch an der Zeichnung und so weiter. Und cool und so weiter. Da steht es ja auch schon. Ja, aber irgendwie ist das Spiel so unterer Durchschnitt. Also da hätten sie ein bisschen weniger Geld in das Marketing buttern sollen und vielleicht etwas mehr in die Entwicklung. Also richtig super klasse ist es nicht. Wie gesagt, ich kann es mir eigentlich nur erklären, dass es deswegen hier drin gelandet ist. Also keine Ahnung. Also ich habe es glaube ich über das erste Level bei Retro-Panna-Quizze nicht großartig hinaus geschafft. Das ist natürlich jetzt mal schön. Immerhin scheinen sie sich ja wirklich Mühe gegeben zu haben. Wir haben hier einen Jahrmarkt. Wir haben hier so ein bisschen Wehen Westen. Was ist das hier? So eine Flusslandschaft mit Dämmen und so weiter. Ja, also immerhin scheint es abwechslungsreich zu sein. Aber ja, richtig gut ist nicht. Aber was richtig gut ist, ist das hier. Und zwar ist es ein frühes Werk von Blizzard. Wo es noch nicht Blizzard hießen. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Irgendwas mit Digital, glaube ich. Auf jeden Fall ist es ein frühes Blizzard-Spiel. Heute natürlich als legendäres Entwicklerstudio bekannt. Wobei sie in letzter Zeit mit Diablo Immortal sich nicht gerade mit Ruben bekleckern. Aber es ist eine super Puzzle-Plattformer. Und zwar spielt ihr diese drei Wikinger, die von Ains entführt wurden. Und ihr müsst euch halt zurückkämpfen. Und jeder von denen hat seine eigenen Eigenschaften. Hier Olaf zum Beispiel, der mit dem Schild kann Angriffe blocken. Der kann schlagen mit seinem Schwert und so weiter. Und diese Fähigkeiten müsst ihr halt kombinieren. Zum Beispiel ist dann halt so, dass der Olaf quasi irgendwelche Schießanlagen so blockiert. Und die anderen können die dann quasi in Ruhe ausschalten und so weiter. Oder auch hier zum Beispiel, der Olaf hält das Schild nach oben, bietet das als Plattform. Und dann springt ihr und so weiter und so weiter. Macht sehr, sehr viel Spaß. Sehr schöne Grafik. Hier gibt es natürlich auch einiges einzusammeln. Hier haben sie so ein paar Beispiel-Devils aufgezeigt, was einen so erwartet. Finde ich herrlich. Ist ein sehr schöner Puzzle-Plattformer. Vor allem, die gab es damals, oder diese Thematik gab es zumindest in der, mit dem Polish ja nicht so unbedingt. Also da haben sie das zu Recht auch vorne hingepackt. Tipps und Tricks. Falls ihr noch Tipps und Tricks braucht. Ja, gucken wir mal. Parodios. Noch schwerer. Oh ja. Da diese Shoot-Em-Ups ja schon zu einfach sind. Das haben wir nicht so bei Mario Kart. Kart, Battle-Modus, blablabla, einen roten, wenn einer der beiden Spiele einen roten Schildkrötenpanzer besitzt, kann sich der zweite Spieler normalerweise nicht mehr retten. Naja, okay, außer man fährt scharf um die Kurve oder sowas. Der Panzer findet ihn auf alle Fälle. Es sei denn, man benutzt unseren neuen Trick. Wenn du mit deinen Kart exakt an der Streckenabgrenzung entlangfährst, kann dich der gegnerische Schildkrötenpanzer nicht finden und treffen. Okay. Also scheine ich ziemlich was drauf zu haben, was Tipps und Tricks angeht, würde ich sagen. Spielerprofil. Ja, so sah man in den 90ern aus auf jeden Fall. Herrlich. Klassik-Tipp, Super Mario Brothers 3. Ist klar, mit dem Remake, dass sie das auch da haben. Top Gun, ja, Top Gun, das ist, ach, Second Mission. Ich glaube, ich habe den ersten Teil im Kopf, ne? Spielerprofile. Aber die waren ja, glaube ich, relativ neu, oder? Die sagen wir nichts. Magic Request, natürlich, super Spiel. Das Poster ist ja geil. Das schien ja wirklich so die Zeit zu sein, wo das legendär, schlechte Super Mario Brothers Film rausgekommen ist. Das ist hier als Poster drin. Herrlich. Also ich habe ihn persönlich noch nicht geguckt, aber ich habe natürlich diverse Kritiken bei mir auf YouTube reingezogen. Das scheint ja echt legendär schlecht zu sein. Vor allem, weil er mit dem eigentlichen Spiel nicht so wirklich was zu tun hat, außer dass er sich vielleicht so ungefähr ganz grob an den Szenario orientiert hat. Aber, na gut, hier schauen wir uns mal die Charts an. Laser, Super Nintendo und Zelda, unterschreibe ich. Super Mario World auch, Street Fighter 2 auch, Mario Kart auch, FCO auch, SimCity auch. Mario Paint, okay, ist natürlich aus heutiger Sicht, ja, also da würde ich hier Turtles in Time vor Mario Paint irgendwo setzen. Ja, Super Soccer, ich weiß nicht. Und Pilotwings, Pilotwings finde ich persönlich geil, finde ich sehr unterschätzt. Gucken wir mal, was die Profis, Super Mario World, okay, und verändern quasi Magical Quest, sehr gut, Tiny Toon Adventures, sehr gut, Super Mario Kart, Street Fighter 2, SimCity, Castlevania 4, Actuaries und Parodios. Ganz ehrlich, hier stimme ich den Profis irgendwie mehr überein. Hier sind viel, viel bessere, zum Beispiel hier Castlevania zum Beispiel, warum ist das hier oben nicht drin? Oder Magical Quest ist auch ein super Spiel. Okay, Actuaries kann ich verstehen, das, weil es einfach für viele wahrscheinlich etwas ungewohnt war. Aber, naja. Na gut, schauen wir mal, Game Boy, Super Mario Land 2, gut, ist klar, Super Mario Land, Mystic Quest bei den Profis, kann ich mir das schreiben, Tetris, klar, Super Mario, Mega Man, Mega Man 2, Gargoyles Quest, F1 Race, Tetris, ja, Dangerous Chase ist nicht so geil, Ducktales ist ziemlich geil, Gargoyles Quest, Quirk, jawohl. Da kann ich nicht eindeutig sagen, welche ich eher unterschreiben würde. Da sind natürlich viele Feinde, hier müssen wirklich Ducktales drin sein, zum Beispiel, da zum Beispiel Dangerous Chase irgendwie austauschen, Quirk ist auch geil, wobei es natürlich, ich habe ja diese meine Top 20 Game Boy Spiele gemacht, das ist echt schwer, sich wirklich ein paar herauszupicken und die als geil zu, ja, auf eine bestimmte Zahl das festzulegen. Das ist echt nicht einfach. NES ist natürlich jetzt schon langsam die Spielebibliothek dann durch, ne? Auch hier, Zelda 2 habe ich ja schon beim letzten Mal so ein bisschen verwundert festgestellt, aber da habt ihr ja ganz gute Begründungen in dem Kommentarfeld gemacht, zum Beispiel, dass das eingedeutscht war damals, was nicht selbstverständlich war. Jetzt war Mario Brothers, die dominieren natürlich die Listen, Mega Man, The Guardian, Legend, sagt mir gar nichts. Hm. Mega Man 4, 2, Star Tropics, ja, Brothers 3, Zelda, Star Tropics, Docker Mario, hier ist natürlich Zelda 2, was ja in der Retro-Perspektive auch realistischer ist, hinter Zelda 1, Little Nemo, Manic Mansion, ach, herrlich. Muss ich mir, glaube ich, auch immer mal für das NES holen. Ja, jetzt haben wir hier natürlich Werbung für Super Nintendo. Haben sich ein schönes Teil, auf jeden Fall, Titel herausgesucht dafür. Was ist hier? Gewinnspiel wahrscheinlich. Hm, können wir vielleicht noch daran teilnehmen. Und hier, haha, also an diese Grafiken kann ich mich sehr gut daran erinnern, aber ich weiß nicht, ob ich genau diese Ausgabe auch damals gehabt habe. Das kann ich gar nicht so hundertprozentig sagen, aber diese Grafiken, okay, die wurden natürlich auch diverse Male benutzt, sage ich mal. Ach, diese herrlich leicht verschwommenen Screenshots. In der heutigen Zeit ist es natürlich kein Problem, saubere Screenshots zu machen, aber damals musste man das ja quasi theoretisch abfotografieren oder ähnliches. herrlich. Finde ich einfach klasse. Also für mich das beste Gameboy-Spiel ever und teilweise vielleicht sogar bestes Zelda-Spiel ever. Aber na gut, das ist natürlich Geschmackssache. Ja, leider ist die Vorschauung hier sehr kurz. Aber da sieht man, dass das wirklich so der erste Teaser war, wo man hier auch die neuen Gegenstände alles gesehen hat. Ja gut, das stellen sie hier natürlich als tolles Gegenstand dar, aber es ist natürlich hier als Symbol dieser Tausch-Quest-Reihe natürlich anzusehen. Herrlich. Ich mag das Spiel einfach. Battletoads in Ragnarok's World. Da habe ich auch schon einen Test dazu gemacht. Ist so ein solides Beat-em-up. Ist auch nicht ganz so hart wie das NES-Vorbild. War natürlich hier die Battletoads typisch. Die Turtles waren sehr erfolgreich. Da wollen natürlich andere Firmen auch ihre Scheibe abschneiden oder ihren Teil von diesem Markt haben. Und dazu muss man natürlich hier... Ist eigentlich logisch, sind auch Amphibien also so gesehen auf sehr, sehr fürchtigem Blick sehen sie sich schon so ein bisschen ähnlich. Also ein bisschen natürlich. Das ist natürlich nur mit Vorsicht zu genießen. Aber ja, also das spielt sich auf jeden Fall gar nicht so verkehrt. Auch hier wieder ausführliche Level-Beschreibung. Finde ich natürlich immer klasse. Mystic Quest, die ja ist ja damals an mir komplett vorbeigegangen, habe ich ja mittlerweile nachholen dürfen. Ist, wie ich auch gehört habe, ein großer Favorit von euch vielen. Das scheint hier aber ehrlich eher so eine Komplettlösung zu sein. Das ist jetzt nicht Spielvorstellung, sondern eine Komplettlösung. Oh ja, der Dark Lord. Und dann wird man da wieder vom Schiff runtergeworfen, glaube ich war das. Das hier finde ich auch sehr schön. Da wird einfach mal so kurz gezeigt, wie so ein Spiel entsteht. Hier Charakterdesign, Musik, Programmierer und so weiter. In der heutigen Zeit ist sowas natürlich wesentlich präsenter, wie entsteht ein Stück Software, wie entsteht ein Spiel und so weiter. Aber hier, sehr schön. Das Comic, wenn ihr es genauer lesen wollt, dann solltet ihr jetzt vielleicht pausieren. Ich halte auch meine Griffe weg. Habt ihr? Sehr schön. Sehr schönes Comic mal wieder natürlich. Ich mag ja diese Zeichenszenen. Oh, es sind sogar so mehrere Seiten. Nochmal Finger weg. Könnt ihr nochmal pausieren und einen Gruß machen und gucken. Habt ihr? Sehr schön. So, was haben wir hier noch? Dark Queen Duck. Ja, herrlich. Das ist natürlich die NES-Version. Gab es ja auch auf dem Game Boy, wo das quasi 1 zu 1 umgesetzt wurde. Ich weiß nicht, ob es 1 zu 1 umgesetzt wurde, aber zumindest sind da viele Elemente mit dabei. Dark Queen Duck fand ich damals immer wirklich klasse. Das war einer von diesen Disney-Zeichentrickserien, einer meiner liebsten. Neben, also Duck Tales fand ich am allerbesten, aber dann kamen schon hier Chip and Chap und Dark Queen Duck hier. Captain Baloo fand ich immer so okay, aber ihn fand ich immer geil, weil er halt so Slapsticks-mäßig unterwegs war. Aber hier, wie gesagt, die Game Boy-Version kann ich euch auch nicht sehr, sehr ans Herz legen. Ja, spielt sich so ein bisschen wie Mega Man, würde ich sagen. So ganz grob. Ja, der Kirby ist natürlich ein wirklich klasse Spiel. Auch das scheint eher so komplett lösungsmäßig unterwegs zu sein. Wobei, naja, Komplettlösung vielleicht nicht unbedingt. Ist auch ein relativ einfaches Spiel. Also das braucht man da auch nicht unbedingt. Aber, na gut, wer das nicht gespielt hat, der weiß ja nicht. Ist es einer dieser Must-Haves von damals eigentlich mal. Mega Man 3 und 4. Also die haben schon noch eine relativ große NES-Ecke. Dafür, dass das NES ja quasi am Aufsterben war. Ja, diese Mega Man-Sachen bin ich ja leider nicht so ganz in der Thematik drin, muss ich sagen. Aber ich habe gehört, ab da wird es richtig geil. Ja, dann sind wir auch schon durch. Da haben wir hier die Rätsel. Da hat sich mein Vorbesetzer schon mal etwas ausgetobt. Hier noch ein bisschen Werbung zum Super Nintendo mit Street Fighter 2. Und nicht das Turbo. Ja, und hinten haben wir hier nochmal Battletoads und Ragnarok zu World. Und natürlich auch die Super Nintendo-Version. Also, da sind wir jetzt schon wieder durch. Ha, ging doch schneller als erwartet, oder? Also, danke, dass ihr reingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß an diesen alten Magazinen wie ich. Und das wird bestimmt auch nicht das letzte Video sein damit. Also, danke, dass ihr reingeschaltet habt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschöööö.